Und da hat sich ein Hals gefunden, 23.000 und war vierter Platz. Und ja, das war... Oha, shit, what the fuck. Okay, das fängt gut an. Hallo Leute. Ich bin's wieder, euer Golden Game. Wir haben elf Abonnenten. Hoey, ein Hoch. Yeah, okay. Okay, genug gefreut, wir spielen weiters. Eterio, oh yeah. Golden Game ist mein Name. Vielleicht treffen wir einen von euch, ich weiß ja nicht, wie ihr euch nennt, aber... Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Ja, okay, Golden Game, mach mir so. Falls ihr das dann seht im Video, den ihr gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich das war. So, okay, go. Ich füge gleich nochmal einen Screenshot ein. Und er ist jetzt, äh, unten rechts in der Ecke, genau jetzt. Und ja, da seht ihr, dass ich einen hohen Highscore hatte. Ich hab nämlich gestern Abend einfach mal gezockt. Und da hatte ich einen Highscore von 23.000 und war vierter Platz. Und ja, das war... Oha, shit, what the fuck. Okay, das fängt gut an. Ja, da habe ich, äh, war ich auf dem vierten Platz und habe einfach alles gekillt. Und einfach abartig, Alter. 23.000 Länge, das ist die untere Zahl jetzt, wo ich tausend hab, hatte ich einfach 23.000. Oh, shit, what the fuck. Gott. Das war das epische Rennen überhaupt hier. Blah, blah, blah. Meins. So, 1400. Schöne Musik am Start. Oh Gott, ich hab Angst. Ja. So, dann wollen wir mal versuchen, heute ist der 1. April, andere reinzulegen. Ich hab ja nichts für euch jetzt auf Lager, um euch zu verarschen. Ich verarsch die anderen mit euch. Das ist jetzt mal hier... Oh, lol. Alter, ich hab Angst vor dem Typen. Junge, ich glaub, ich war fast gestorben. Ja. Okay, bis jetzt läuft gut noch kein Tod. Noch kein Tod. Sag das nicht zu früh, sonst wirst du verarschen. Oh, nein. Yeah. Ich bekomm alles. Ich bin der King hier. Okay, der letzte Platz 10, der keinen Namen hat. Das hat 13.000 Länge. Zum Glück. Bin ich fast schon... Hallo, Kirito. Von Sword Arm Online, jo. Der kennt's auch, ab in die Kommentare damit. Geiler Anime. Kann ich nur empfehlen. Falls ihr Animes schaut. Aber... Das müsst ihr nicht. Also, ist nur eine Empfehlung. Der will mich holen. Okay, Selbstmord. Und auch, toll, Patschigkeit. Alter. Joa. Der hat auch wieder so ne bunte Farbe. Ich find das auch. Warum ein paar Farbe, nehm ich alle auch. Okay, was ist mit dem? Hopp. Schöne Schlangenlinien bauen hier. Damit ich das alles noch bekommen kann. So. Jetzt haben wir schon 5.600. Hui. Hey. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Hi, Banjo. Hey, Nana. Und... Batsch. Ja, ich bin zu lang. Da kommst du nicht so einfach raus. Hat er wohl nicht gedacht. Hat er nicht gedacht. Hat er nicht gedacht. Okay. Bist dich. Geh wem anders auf die Nerven, wenn der jetzt gleich stirbt. Oha. Ich will da... Das ist auch immer so ein Zufall. Oh. Wenn jemand so groß das neben einen stirbt. Äh. 7.000. Fandement. Bisschen neuer so. Ah. 7000 ohne zu sterben bis jetzt der alter guckt euch oben links mal die leute an ich glaube das sind die namen übrigens die haben sich so gepostet da der name heißt irgendwas mit punkt com also und er hatte 135.000 masse für den heutigen tag längste rekord alter vater die wollen mich die wollen mich holen ich such mal ich bin mal auf der karte ich gehe mal zur richtung mitte oha da wird wieder einer deutschland mich kannst du nicht holen gar nicht ein kopf du 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 Tipp-dipp-dipp-dipp-dipp-de-da, Championship-dipp-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp-dep-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp Ha! Der ist tot. Ha! Der ist auch tot. Und hier. Oh boi! Oh boii! Na was geht ab, oh boy Passed Oh shit Die sind alle so gierig Holy shit, der will mich holen Ja, oh Ja Oh yeah Fühlt sich das gut an Fucking yes Fucking yes, bitch Alter, ich bin noch keinmal gestorben, Leute Wenn das keinen Like verdient hat, dann weiß ich auch nicht Oh yeah Bam, Junge Ist der auch tot Will der mich holen? Ich denke nicht 8800 Das ist ja fast so viel wie wir beim letzten Mal im Rekord hatten für die Folge Holy shit Dun 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 Mäh 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 Das will der Typ, Alter Der will mich doch ernsthaft holen Ich bin auch lang Oh Nein Dieser Affe, Alter, nein, Mann. Nö, Mann. Ah, hier ist gleich der nächste Express. Nö, nö, nö. Yeah, 1000 auf Anhiebe. Oh. Nö, nö. Und wieder 6000, nö. Nö. Ahm, 3 auf einmal. Die Jungen, die da hinten, jucken mich gar nicht. Diese... Tja, da denken... Oh Gott, da ist so viel zu stachlos. Aber ich will nicht hin. Ich habe meinen eigenen Fang gemacht. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, der holt mich jetzt aber. Lieber nicht. Gott. Das war knapp. Knapp, 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 knapp. Ach, fuck, mich doch einfach. Was soll der Shit? Ich war so konzentriert, um da rauszukommen. Weil alle wollen einen holen, ne? Ich töte den einfach diesen Eilover-Typen hier. Warte. Der will bestimmt kämpfen hier. Hier, guck dir da. Hier, guck dir da. Warte, warte, warte. Ich krieg das denn auch. Oh, dann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich spawne immer perfekt. Wo spawne ich denn jemanden? Bei den ganzen Kids spawne ich. Ich bin ein Spawn Camper. Alle lieben Spawn Camper. Oh, yeah. Bam. Bam. Bing, bim, 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 bim. Und wieder fett. Mann, ich werde immer auf die Randes wieder kommen, oh. Geil, 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 geil. Blablablabla. Blablablabla. Blablablablabla. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla Und schon wieder 8.000 Alles klar, Leute! Alter, war das los! Ich will zu der Top-10! 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 Oh, yes, ich hab's gewusst, Alter. Wenn ich da hinfahre, dann geht alles ab. Alles geht ab. Ich könnte es schaffen. Yeah, yeah, yeah. 11.000, Leute. Bitte, bitte. Neue Highschool übrigens in dieser Serie, Alter. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Alter, oh, boy. Oh, boy. 1, 3, 3, 3. Oh, das ist der, der über uns, der hier, der Grüne. Ich hab Angst. Ich verschanz mich. Ich will, dass einer explodiert. Oh. Okay. Das war nichts. Das war nichts. Oh, Junge. Jetzt ist der 3-3-Typ gestorben. Hätte bei ihm sein sollen. Jetzt ist dieser Pinkie, glaub ich dir. Nächste. Ah, ich hatte Angst, ey. Oh, boy. Hatte ich Angst, ey. Oh, boy. Oh. Er will mich holen. Terminator. Kannst du knicken, Alter. Oh. Ha. Ha, ha, ha. Oh, boy. Jetzt seid ihr gefangen, oh, boy. Tja. Tja. Tja, wenn zwei in einer Box sind, dann gibt's Streit, ne? Leute, wir haben's geschafft. Guckt oben hin. Rang 7. Wir sind auf der Top-Liste. Alter, nice. Das macht sich gut. Das macht sich gut. Ja. Holy shit. Wir sind auf der Liste jetzt nur neun, aber wir sind auf der Liste. Jetzt noch zehn, aber wir sind auf der Liste. Hui. Das ist echt krank. Krank, krank. Wir sind alle krank, krank. Ich bin eine Slangemeil. Wieder Platz neun. Oh, yes. Mann, das ist ja schon, schon begeistert. Dann, beim nächsten Mal sterben, das fangen die Folge auch schon wieder rum. Das Lied kam jetzt schon ein paar Mal. weil die Liste nicht so lange ist ja ja, drehen die mal um yes 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 yes, shit ich bin nicht mehr auf der Liste Yes, golden game in the house, jacks up, geil, 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 krass, krasse Scheiße, ba 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 da, ich will dass der Typel stirbt, der Gelbe hier, dann könnte ich einfach, wird mal alles aufsaugen und bin wieder richtig fett. ん, du 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 de 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 dice de did de de� de 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 de, de 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 Da dia a regardless. The und der Konальную die Aufhol gesehen werden, die auf FörstergustЯren So ein ThrussKI- war ein Konium, kann das auch gern sein. Komm schon, sterb da drinnen! Das geht ja ewig weiter, man. Ja, wenn du fetter wirst, ne, dann stirbst du auch schnell, weißt du noch. Der ist, glaub ich, totgleich. Geh mal sterben, Mann. Wir sind noch Platz 10. Komm schon, gib auf. Das wird immer enger gehen. Wir machen hier die Pringels. Nein! 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 Okay. Fuck, man! Fuck! Okay, wir waren in der Rangliste. Heute mal, als wir haben den neuesten Rekord. 14.000 irgendwas. 14.635 genau. Stimmt ja. Und damit verabschieden wir uns mit dieser wunderschönen Musik. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Dislike da. Oder abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin raus, euer Golden Game. Bis zum nächsten Mal bei Slitherio. Bye!